Shit, Freunde! Es fehlen ein paar Videosequenzen von gestern. Beziehungsweise, wenn ihr dieses Video seht, wahrscheinlich von vorgestern. Also so langsam blicke ich selbst nicht mehr durch. Wir sind ja hier gerade beim Heißakquise-Bootcamp. Und ich habe irgendwie zu Beginn ein paar Videos aufgenommen, wo ich rumgegangen bin und habe erklärt und erzählt. Und irgendwie sind die Videos weg. Also nicht wundern, ihr bekommt jetzt gleich ein Video eingeblendet. Aber das fängt komisch an. Irgendwie mit Special Guest. Wie gesagt, ich blicke selbst nicht mehr durch. Aber was ich ganz kurz nochmal erklären möchte. Heute ist jetzt Mittwoch und es geht um den Dienstag gestern. Wir haben vormittags einen halben Tag Theorie gemacht. Heißakquise bei der Community. Heißakquise bei bereits Kunden, wie man sie zu Stammkunden macht und so weiter. Das war gestern in der Theorie. Und dann sind wir quasi schon in die Umsetzung gegangen, haben die ersten E-Mails geschrieben, Postings gemacht auf Social Media. Und dann sind wir auf eine Wanderung gegangen. Also das war der Tag gestern. So. Und wie gesagt, ein paar Dinge habe ich einfach nicht mitgefilmt, weil ich irgendwie zu doof war oder irgendwas hat nicht gestimmt. Ich habe keine Ahnung. Mist. So. Ja. Und das Video bekommt ihr jetzt von der Wanderung. Gibt es jetzt noch ein paar Einblicke. Beziehungsweise ein Video konnte gerettet werden. Was jetzt gleich ganz komisch anfängt mit irgendwie Special Guests. Ich habe keine Ahnung. Also, Freunde, jetzt die Einblicke von gestern. Und die Einblicke von heute kommen dann morgen. Also, diese Matrixkacke. Ich blicke nicht mehr durch. Egal. Viel Spaß. So, Freunde. Der eigentliche Special Guest, den ich gemeint habe, der ist noch nicht da. Aber jetzt ist noch ein anderer Special Guest gekommen. Also, hier ist übrigens auch ein Special Guest. Das ist, äh, ist da Sebastian Fröder. Der durchschaut alles hier da. Der Mann, mit dem man nicht Hater vs. Community spielen darf. Aber guck mal hier. Auf der VIP-Couch. Sorry, wenn du jetzt so am Rampenlicht stehst. Das magst du ja, Ingo, ne? Ich mag das, ja. Du bist ja, ey. Was? Sieht aber gut aus. Wer? Die Kaffeemaschine. Sieht aber gut aus. Wer? Die Kaffeemaschine. Freunde, der Special Guest ist back. Ich habe dich schon so oft im Video angekündigt. Was möchten Sie zu Ihrer Verteidigung sagen? Ich habe überhaupt keine Verteidigung vorzubringen. Gegen was? Wir geben das. Sie ist back in the business. Und ich bin unscharf. Wir sind hier gerade voll beim Arbeiten. Es ist voll ruhig hier. So, da bin ich wieder. Wir sind jetzt erstmal mit der ersten Tageshälfte durch. Manche wollen einfach nicht aufhören zu arbeiten. Also, es gibt Menschen, die, äh, die, ähm... Die geben Gas hier. I love it, I love it. Und obwohl er jetzt sehr viele Fotos macht, ich übergebe jetzt gleich das Kommando dem Dennis. Was? Ich übergebe jetzt die Speicherkarte. Und dann hängen wir jetzt gleich im Anschluss eine Einblicke vom Wandern mit dran. Wie wohl mit 85er? Mit 85er. Also, das kommt jetzt gleich im Anschluss. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ich sage jetzt Film ab, weil wir gehen wandern. Bis gleich. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Alles frische. Und dann wird, äh, gucken wir mal was gehen, mit der Cash in der Tash. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Und dann sehen wir uns morgen wieder.